ja herzlich willkommen bei lehrer zockt divinity mit fürs geld ja wir sind jetzt hier hinter diesem kamm und irgendwo in der schwarzbrucht genau und wir versuchen jetzt mal ich glaube hier ist besser alleine reinzugehen billiger ich hoffe das versteht man nur wenn man deutscher ist oder ja also ja jeder deutsche wird das verstehen billiger ja wir haben es alle verstanden kannst du weitermachen ich mach das schon weiter ach so ja ich sehe doch nicht was du da machst er sagt hinterhalt der sagt der raum exkludiert wenn ich mich bewege er sagt die einzige hoffnung ist ein secret button bitte mir nicht lieber einen feuerschild oder so geben und dann kannst du mich danach halten das hat nichts nichts gebracht ich hätte ja auch mal annehmen können jetzt ist zu spät jetzt ist zu spät ich habe aber keine sachen verloren das hatte ich gerade eben auch dieses glück warte warte ja da ist auf jeden fall zeugt drin schistrolle der teleportation ein bisschen geld ja nicht wirklich zeug hier was zum identifizieren und spielen anstaschen taschendiefstall das ist voll scheiße das ist eine stoff rüstung die hat einen rüstungswert von 22 ja was willst du damit machen ne nix verkaufen billiger billiger so dann haben wir hier den scheiß erlebigt dann kommen wir jetzt zu dem scheiß hier alles scheiß also man muss jetzt diesen hebel umziehen dann geht das bild zur seite dann kann man diesen knopf drücken und dann erscheint was kann i do for you sondern dass da so wo bist du jetzt hin da runter ja jetzt kommt machen wir warten der ist ok also es ist ein relativ großes laberint wir nehmen euch mit wenn wir kämpfen oder so ein scheiß so da hinten ist eine ziertruhe die sieht sehr verdächtig aus und nur mal eben fürs protokoll komm mit ja 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 der mann hat das gerade geschafft beide charaktere erstmal sterben zu lassen und danach hätte er sich fast nochmal gekillt ach du weißt es nicht niemand kann es beweisen wieso bin ich denn jetzt schon wieder halb tot die kiste schießt mit gold analysier mal die gegner was ja die hat minus 25 prozent auf wuchtschaden und auf feuer hat die 50 wasser und den ganzen anderen bumms hat die 80 und gift 100 prozent das heißt ich kann die gar nicht richtig angreifen oh mein god oh mein god ja dafür kann ich die kram gut angreifen die haben dann wieder hier so minus 10 prozent auf feuer verstehst du ja verstehe ich hier liegen schiffe rum die wo passiert ist ja das war doch nicht schlecht aus sagen du gehst auf die kiste ne ja ich sag nochmal der not die not mein gott was die not mit dem kiosk rückt näher ja wir können auch noch zum supermarkt der hat bis 12 offen die bude hat doch sowieso zu wir haben betriebsferien falls du dich erinnern magst so komm jetzt hau doch mal die kiste platt sehr schön wach dich gleich noch wach dich wach dich die grafen tatsächlich mich an muss ich sehe ich aber so bier schlechte es ist tatsächlich gut dass ich das gemacht habe ja die eine die die nennen er gar nicht naja ich stelle die schon weiß man eine andere an eine hinter dir oder so wieder betäubt fehlgeschlagen soll ich schwimmen dann machen wir es so ja sehr schön da ich doch die macht nicht ganz so viel schaden jetzt wieso also nicht ist doch gebacht sie ist ja noch mal muss sagen gleich meinen halsbruch auf mich machen was vergiftet danke jetzt gibt es hier die richtige verstärkung das war jetzt maximaler support oder die küsse gesnackt die madora ist echt gold wert sehr gut wie behämmert die da jetzt liegt bei der tankte ja dadurch der macht sogar immer noch schaden wenn angegriffen wird ja das ist auch nicht schlecht seit wann werde ich denn mal von dir gelobt zufall er sieht ganz so aus als würde den kampf schon wieder gewinnen aber auch die krabbe liegt da echt lustig da kannst du jetzt jede runde machen bitte was den firetouch kannst du jede runde machen ja da kommt gibt mir den todesstoß ja ich habe vergessen aufzunehmen wir sind hier mitten im kampf und wir gewinnen natürlich und der kampf ist lächerlich also man läuft hier so ein stück runter da kommen wir diese dinger und wohnen schützen und mitten im kampf spawner noch der explosion skelette da muss man echt aufpassen ja schade dass wir das jetzt nicht aufgenommen haben also muss ich ja noch mal wiederholen dass du vorhin deine beiden charaktere gekillt hast und danach noch mal fast äh nein musst du nicht äh noch ich habe das immense bedürfnis das zu tun ja aber das ist ja gar nicht so relevant na gut also sieht er jetzt relativ wieder easy aus ja easy easy peasy lemons crazy es mag den englischen dialekt ja 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 den englisch-englisch war ne wanbi englisch the Cars Red genau the Cars Red I Think I Spider I Think I Stand In The Woods ja den finde ich auch immer wieder gut my english is not the yellow from the egg so sieht's aus but i come clear ich komme klar genau genau nicht so wieder aus der sichtweite ja endlich so du musst ja du musst vor allen dingen dich mal zurück porten und mir meine rüstung ist kaputt ich weiß dann gebe ich dir auch noch zeug macht man ja habe ich habe ich habe ich habe ich bist du bist so nackt wieso bin ich nackt sexy versteht er jetzt ernsthaft nackt nein nicht nackt aber in sexy wieso könnte es man echt so rumlaufen ja besser nicht im moment in meiner rüstung ist los ja guck mal jeder der staat auch schon der staat auf dich so wer die tote krambe die tote krambe ja auch noch mal drauf der staat auch so beendet wir haben die mpcs ist so tot zu liegen hier okay ja du gehst reparieren und wir sind es gleich wieder vielleicht habe ich ja auch vor dem kampf wieder anzuschalten glaube an dich wird schon werden so wir haben diesen kampf ja erledigt waren zwischendurch mal einkaufen und verkaufen ich auch mal hierher du bist du hier die fässer dann haben wir uns noch entschieden vernünftig zu sein und doch kein bier mehr zu kaufen musst du sowas erwähnen ja natürlich im moment der schwäche wir sind schon wieder neue gegner was ist das denn da hinten minus 20 prozent auf ach ja kannst ja mit allem angreifen ja der war nicht schlecht da ist aber ein tunnel kreis den tunnel an siehst du den recht schwarzer tunnel weißer das kommt einmal fücher haus muss ich den leider nächste runde erledigen der jan hat keine option mehr das ist ja offensichtlich aber nicht gut minus vier empfängliche op und minus 2 ap erholung richtig schieß weiße was ich warte was gewöhnt ich habe koppel bin ich bin ein koppel muss jemanden beschleunigen damit er nicht mehr verlangsamt ist da ist gut hat sparte die war sehr gut er ist hinüber schade ich hatte den Viech so viel Damage gemacht so, hauen wir mal allen auf den Sack es ist schön, wie Sessi sich immer daran erfreut ja oder? sehr ansteckend vielleicht kannst du den jetzt erledigen ne, verkoppel den anderen oh, das ist auch nicht Damage gegen die ja, der verbrennt alles klar ach, nö ne, halb so wild aber, der hat den geheilt und dann geht der auch noch weg sehr schön mein Gott, ey, die mit ihr haben 2 in der, ey leider ein bisschen langsam aber was soll's go cloud hä? das war irgendwie gar nix toll ja gut, das wird kein schwerer Kampf überspringen wir mal so, was interessant ist hier hinter dem Stein ist ein Schlüssel mit dieser Schlüssel schließt was auf die Stiefel könnten was für dich sein guck dir die mal an, bitte ja ähm, oh ich glaub, die sind was für Madora sogar ja ja können wir Madora geben tatsächlich ja, super oh, find ich gut kann man die verkaufen oder jemand anders ich geb dir die so, und dann gucken wir mal was wir damit aufschließen können okay, mit dem Schlüssel krieg ich mal die Kiste hier direkt am Anfang auf wenn man hier unten reinkommt und da sind Sachen zum Identifizieren drin immer her damit genau, die bekommt jetzt die Sianka ja, die könnte was für dich sein, oder für Madora, ich geb die dir mal was denn, die Rüstung? ja 0,2 Bewege und Unverwünscht, nicht schlecht ja die ist was für Madora tatsächlich denn die ist Madora kriegt ja hier komplett neue Klamotten ja, um 12 Rüstungswert besser und um 0,1 Bewegung besser ja, super gibt's gibt's hier die äh neue Rüstung für Madora sehr gut okay dann müssen wir jetzt hier dieses Rätsel lösen und wir sind schon wieder gestorben diesmal hab ich's aufgenommen immerhin kannst du mich halten? oh ja die Madora ist gerade so überlebt drecksfallen überall das gibt es doch nicht warte das muss ich echt aus dieser Rauchwolke rauslaufen den Sachen jetzt auch bald erwischt 2785 na, 28 ja, ne, das hat nichts gemacht mit den ist gut wie viel brauchst du denn noch? ist gut sag mal, du hast wenigstens geheilt ich komm siehst du mich überhaupt nicht die Rauchwolke? ne, seh ich nicht was, manchmal müssen wir auch nochmal nachheilen na gut auf jeden Fall sind hier so Knöpfe da diese abgenutzte Schalter die muss man alle drücken damit das hier aufgeht ja, das hier dieser Schädel muss weg okay und ich weiß nicht, ob man aber Kämpfe haben auf jeden Fall gibt es hier Fallen mit Blitzen und Explosionen und so weiter aber ja, wir sehen uns auf jeden Fall, wenn wir da durch sind also wenn man einen von den ersten hier drückt dann ist hier unten so eine Art Knopf auch oh, oh jetzt bin ich zurückgeboardet ja, man kann eigentlich immer hier diesen diese Pyramide benutzen also wenn man den hier drückt, kommt man da an diesen Ort, wo ich gerade war und da gibt es eine Ziertruhe und ein bisschen was aufzuheben okay ähm hier in der Mitte passiert wahrscheinlich irgendwas doofes gib dir mal eben Zeug genau, ich bin wieder infektionserkrankt und wir machen so weiter so, es gibt es auf jeden Fall wenn man alle Schalter oben auf der Plateau erwischt hat hier unten noch einen oh, der tötet ein fast ja, ein weiterer Schalter ist hier da oben links ah, so das ist was das getan ich bin in einem Kampf verwickelt gegen einen gepanzerten Schwertkämpfer wollen wir joinen? äh, weiß nicht how could that happen? how could that happen? ja, kannst du join, dann kriegst du XP so, wir erledigen den eben so, dann findet ihr weitere hier unten hier guck mal, was hier passiert naja, da kommt ein Schatz runter da kannst du was identifizieren hier hier ist noch einer ja gut, so ein Faustmesser ist ja für ein Schurken oh, da wurde ich teleportiert ist also egal ja oh, oh wird schon wieder verbrannt ja ich weiß gut, ich hab noch eine okay, wir machen weiter so, und der letzte Schalter müsste der hier sein oh, ne Naker ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber wie genau es ist offen ja, ne Truhe warst du schon, ne? ja, müssen wir aufpassen dass er das alleine macht am besten mit einem Charakter ja, so dann passiert auch nix okay kann ich join ja so, ich muss ja mal doch noch eben eine Schriftrolle geben ja, und dann guck dir mal bitte die ähm ja, das ist besser als die, die ich jetzt habe, ja habe ich dir den Rest gegeben, ne? ja, super okay ja, oh, hier ist der Endfight ich würde sagen, den Endfight machen wir in der nächsten Episode alles klar aber wir sind immer noch nicht fertig in der Schwachsbruch nach dem Endfight, aber der wird spannend hoffe ich doch ja, macht's gut und bis dahin, ciao